Hi Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil zur Vorstellung meines PC-Setups. Nun soll es um meinen aufgerüsteten Haupt-PC an sich gehen. Im ersten Teil bin ich ja hauptsächlich mehr auf das Setup allgemein eingegangen, was für einen Monitor ich habe, mit welchen Eingabegeräten und wie ist alles angeschlossen, aufgebaut und dergleichen. Und nun möchte ich im Detail nochmal hier auf meinen aufgerüsteten PC näher eingehen. Ja, dann lasst uns mal beginnen, würde ich sagen. Und zwar, das Ganze ist in einem sehr geräumigen Be Quiet Pure Base 600 Gehäuse verbaut. Das müsste ich, meine ich, Mitte 2017 gekauft haben. Ich weiß noch, dass ich im Dezember 2015 mir von Thermaltake ein Versa H21, glaube ich, gekauft habe. Nur da hat man definitiv gemerkt, dass das ein Billiggehäuse war, weil dann sind zum Beispiel am laufenden Band die Gehäusefüße abgebrochen. Die waren dann nur aus Plastik und geklipst. Und auch das Blech war sehr dünn, deswegen sind auch Gewinde dann schnell durchgenaddelt worden und so weiter. Dass man zum Beispiel Erweiterungskarten dann nicht mehr so schön befestigen konnte. Und ich glaube, auch bei der Frontblende ist ein bisschen was abgebrochen. Soweit nicht so gut, würde ich mal sagen. Das Be Quiet Pure Base 600 ist aber deutlich geräumiger und bietet einfach viel mehr Platz zum Komponenteneinbau, viel mehr Platz für besseres Kabelmanagement. Und ist auch ein sehr schlichtes Gehäuse. Ich finde schlichte Gehäuse auch irgendwie schöner als ganz bunte, außergewöhnliche Gehäuse. Wobei Lion Lee da beispielsweise auch sehr interessante Gehäusekonstellationen in der Vergangenheit herausgebracht hat. Sehr extravankante Dinge. Ich glaube, das war Lion Lee, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie dem auch sei. Ja, ich habe aufgerüstet. Und zwar, ich habe nicht alles aufgerüstet. Vielmehr habe ich die Basis aufgerüstet. Also, bestehend aus Mainboard mit Prozessor. Vorher hatte ich ein AMD Ryzen 7 3700X in Verwendung gehabt, samt SROG X570 Gaming nicht, sondern SROG X570 Steel Legend Unterbau mit AM4-Sockel. Doch jetzt hat Intel ja die AlderlX rausgebracht. Zwölfte Core-Generation. Die zwölfte schon. Ein Wahnsinn. Ja, Ende 2008 kam die erste raus als Core i7 Bloomfield für den Sockel 1366. Jetzt gibt es Alderlake, bestehend aus Core i3, i5, i7, Celeron Pentium und i9 sogar schon. Gut, was heißt schon? Den gab es auch, den gibt es auch schon seit ungefähr 4, 5 Jahren. Na, schon seit über 5 Jahren. 6, 7 Jahre eher. Die Serie i9. Wie auch immer, Alderlake ist mal wieder sehr interessant, weil... Dementsprechend ist hier natürlich ein Alderlake verbaut, wie schon, denke ich mal, erwähnt. Weil Alderlake bietet gegenüber den Vorgängermodellen jetzt auch deutlich mehr Leistung. Gut, der Vorgänger, die 11. Generation, bot ja schon eine neue Architektur. Rocket Lake war es gewesen. Alderlake verbessert. Ich weiß nicht, ob es noch eine neue Architektur ist oder einfach nur die Verfeinerung in 10 Nanometer. Ja, Intel hat es nun endlich geschafft, Desktop-PCs, wollte ich schon sagen, Desktop-Prozessoren in 10 Nanometer rauszubringen, die jetzt auch endlich flächendeckend verfügbar sind. Was vorher ja irgendwie dann nicht so hinhaut bei Intel. Was aber, ja, was bei AMD dann schon längst gang und gäbe war. In 7 Nanometer. Ja, Intel's 10 Nanometer-Prozess wird auch als Intel 7 genannt und ist dann auch zum AMD 7 Nanometer-Prozess. Eher gesagt, glaube ich, TSMC 7 Nanometer. Vergleichbar. Also, auf jeden Fall der Prozess, in dem aktuelle Ryzen-Prozessoren von AMD gefertigt werden. Ja, gut. Dementsprechend gäbe es natürlich auch ein neues Mainboard mit Sockel 1700, 1700 Kontakte. Ich zeige euch hier auch nochmal kurz die Front. Jetzt habe ich hier einen Core i7-Sticker auf dem Gehäuse aufgeklebt. Und zwar, um den Prozessor schon zu benennen, ist es ein i7-12.700 ohne F, ohne K. Bedeutet kein offener Multiplikator, dafür aber eine integrierte Grafikeinheit, was der F-Variante dann verwehrt bleibt. Die hat nämlich keine GPU. Und ich finde es halt dann besser, wenn die eine GPU hat, weil dann hat man nochmal Onboard-GPU als Ersatz. Wenn mal die Erweiterungskarte, genau, die Grafikkarte ausfallen sollte. Ich habe aber dennoch genug Grafikkarten davon abgesehen. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, weil das ist ja auch die XE-Architektur, die zugrunde liegt, was dann die UHD-Graphics, ich denke sie wird UHD genannt, und 77 in dem Falle zu leisten imstande ist, natürlich kann man da keine aufwendigen Spiele wie Forza Horizon 5 und Cyberpunks 2077 und Co. drauf spielen, das läuft natürlich nicht. Dafür ist es aber eben eine Grafikkarte, einen Grafikchip, den man gratis dazu bekommt. Und, okay, vielleicht nicht mehr gratis, weil die F-Versionen günstiger sind. Das heißt, mit Grafikeinheit dann doch ein bisschen teurer, aber ist trotzdem interessant, eine zu haben. Ich habe das auch so eingestellt, dass ich beide Grafikkarten gleichzeitig verwenden kann. Also ich kann mich entscheiden, ob ich dann jetzt die Onboard-Grafik nehme oder die NVIDIA-Grafikkarte für zum Beispiel Videoschnitt und so weiter. Da habe ich dann eine Auswahlmöglichkeit für. Allerdings, der Monitor, der wird dann ja an der NVIDIA-Grafikkarte angeschlossen. Hier in der Front habe ich verbauten LG Blue Ray Writer, also ein Blue Ray Brenner ist das. Hat man halt die Option, auch Blue Rays mal brennen zu können. Da habe ich 5 oder 10 Blue Rays, 25 GB jeweils, die wieder beschreibbar sind. Und auch legendär ist mein 8-fachen USB 3.0 Hub hier in der Front verbaut. Und zwar ist der so konfiguriert, dass die linke Hälfte der USB-Anschlüsse über ein 4-Port-Hub angebunden ist und die rechte Hälfte auch nochmal über einen eigenen 4-Port-Hub verfügt. Und beide USB-Hubs, die gehen dann jeweils auf den eigenen USB 3.0 Port auf dem Mainboard. Das ist ja eine 90-polige Stiftleiste, die jeweils zwei Ports bereitstellt und die ist auch dann so verschaltet, so verbunden, dass beide 4-fachen USB 3.0 Hubs dann jeweils eine eigene USB 3.0 Verbindung zum Mainboard verfügen. Hier oben gibt es noch eine Lüftersteuerung, dreistufig, da wird allerdings dann nur die Spannung umgestellt zwischen 5, 7 und 12 Volt. Nutze ich schon seit Kauf des Mainboards. Das Mainboard sage ich schon seit Kauf des Gehäuses nicht, weil Lüftersteuerungen auf Mainboards halt ausgereifter sind. Und die sind jetzt auch wieder angebunden. Die USB 3.0 Ports hier des Gehäuses. Und zwar, mir ist ja ein Alleur passiert bei dem S-Hawk X570 Steel Legend. Das hatte zwar zwei USB 3.0 Header on Board gehabt, also auf der Platine. Nur, da ist mir halt das Missgeschickt passiert, dass mir einer der Pins abgebrochen ist. Und so konnte ich dann halt den zweiten internen USB 3.0 Anschluss nicht verwenden. Musste mich dann ja auf den anderen dann beschränken. Und dann habe ich halt natürlich dieses Achtfach-Frontpanel dann darüber angeschlossen. Wir gehen mal hier zur Rückseite des Gehäuses. Ich drehe euch das mal so ein bisschen hier ins Licht. Und zwar, als Basis, und zwar gemeint ist die Hauptplatine, habe ich diesmal ein Brettchen von Asus verbaut, weil mir das von der Ausstattung her ganz gut gefallen hat. Und zwar das Asus H670, Moment, Asus Prime H670 Plus D4, so müsste es heißen. D4 deutet es an, es bietet DDR4 statt DDR5 Steckplätze. Gibt ja jetzt schon DDR5 Rahmen, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Der Clou bei DDR5 sind die zwei, wie soll ich mich da ausdrücken, die zwei Speicherkanäle je RAM-Modul. Also ein RAM-Modul bietet dann zwei Speicherkanäle. Wäre ja quasi dann ein Quad-Channel mit zwei Modulen. Allerdings, ihr braucht keinen DDR5. Nicht unbedingt. Ich habe jetzt hier die DDR4-Ram verbaut, meine G-Skill-Flex-Module, die dann für den Horizon ursprünglich gedacht waren. Dementsprechend ja auch die Optimierung für Horizon-Inhalten laufen, aber natürlich auch mit Intel-Prozessoren. Und die haben dann B-Dice verbaut. Ja, und zwar von Samsung, die B-Dice. Die sich sehr gut übertakten lassen. Ja, jetzt könnte der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch anmerken, dass man ja mit H-Platin nicht übertakten kann. Das muss ich dementieren. Und zwar, Intel hat jetzt bei Alder Lake seit, seit ist das falsche Wort, ab dem B66-IO-Hub Tuning freigegeben. Und zwar für das Übertakten des Arbeitsspeichers. Allerdings, das Anheben des Multiplikators ist natürlich dem Z96 vorbehalten. Nun gut. Auf jeden Fall, das Man-Board hat nur 164 Euro gekostet. So um den Drehrum, also um die 160 Euro. Bietet dafür aber recht viel. On-Board-Grafik wird hier per Display-Board und HDMI unterstützt. Und es hat immerhin zwei, vier, sechs, acht USB-Anschlüsse hier rückseitig. Plus, das ist jetzt das Interessante bei dem Mainboard. Nicht ein Standard-Gigabit-LAN-Anschluss, sondern ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss. Passend zu meinem Netzwerk, welches ja hier hinten versteckt ist. Jetzt kann man das nicht sehen unter meiner Fritzbox 4040. Die ist ja schon ein bisschen älter und unterstützt auch nur maximal WLAN-AC mit 866 Mbit. liegt ein 2,5-Gigabit-Netzwerk-Switch mit fünf Anschlüsse immerhin. Und da kann ich dann direkt drangehen, um dann Daten zwischen meiner NAS und meinem Main-PC schneller hin und her schaufeln zu können. Da habe ich auch schon drauf geachtet. Da brauche ich nämlich keine Erweiterungskarte dafür einbauen. Ja, gut. Als Onboard-Sound nix tolles. Lasst es ein AAC-892 sein. Ich weiß es nicht genau, was dort Onboard zum Einsatz kommt. Ich habe die Onboard-Sound-Lösung auch im BIOS abgeschaltet, weil ich sie eh nicht brauche. Warum soll sie dann aktiviert sein? Weil das ist eine Asus ZonalSense SDX2, die um Welten natürlich besser ist. Ja, aber er hat es erkannt. Ich habe eine FireWire 800-Karte verbaut, die allerdings rausfliegen kann, sobald der Slot für was anderes benötigt wird. Deswegen, naja, weil ich ja auch da eine ältere Sony-Kamera habe, die dann schon zwar HDV aufnimmt, aber noch über eine FireWire-Schnittstelle verfügt, kann ich dann von der Kamera auch die Videos einfach kopieren. Dafür könnte ich aber auch andere Computer nehmen, so ist es ja nicht. Und das hier, das ist kein Grafikausgang, sondern eine Capture-Karte. Das ist die Lass mich lügen StarTag DBI Capture-Karte oder so ähnlich. Die unterstützt maximal 1080p angeblich mit 30 Hz, 30 Bildern pro Sekunde, nur OBS lässt aber die Auswahl von 60 Bildern pro Sekunde zu. Ja, die ist per PCI-Express 20X1 angebunden, also mit 500 MB per Second. Allerdings reicht vollkommen aus für Full HD 60 Hz. Das kann sie und sie kann nicht nur das per DVI in digitaler Form entgegennehmen. Die kann auch analoge VGA-Signale verarbeiten, als auch Komponent-Video, Composite oder S-Video. Da gibt es dann eine Adapterkabelpeitsche zu. Interessant zu sehen, was man mit so einem DVI-Anschluss alles bewerkstelligen kann noch. So weit, so gut, das Netzteil hier unten, das ist noch das alte geblieben. Was ausgetauscht wurde, sind halt nur Mainboard und Prozessor. Ja, das ist noch das Corsair CS650M. Ein gutes Netzteil mit 650 Watt, 80 plus Gold-Effizienz. Ich glaube, die erreichen dann bis zu 90% Wirkungsgrad bei halber Maximallast, wenn mich nicht alles täuscht. Kein schlechtes Netzteil auf jeden Fall. Auch angenehm leise. Man hört es jetzt auf jeden Fall aus der Geräuschkulisse des Rechners nicht heraus. Und nun zu den Innereien mal gekommen. Das Seitenpanel besteht aus getöntem Echtglas. Ist also auch nicht minderwertig, muss man sagen. Das Gehäuse, wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr räumig und auch flexibel aufgebaut. Man sieht diese Festplattenhalterungen. Die lassen sich dann rausnehmen und auch individuell platzieren. Wenn man jetzt eine sehr lange Grafikkarte verbaut, dann kann man die Gehäuse, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese Festplattenhalter dann auch umpositionieren, dass es dann besser passt. Man kann die aber natürlich auch komplett weglassen, wenn man eben nur auf M.2 SSD ist. Und auf die rückseitigen, zeige ich euch gleich, 2,5 Zoll Festplattenhalterungen setzt. In meinem Falle ist aber hier eine 3,5er WD Blue Festplatte mit 3 TB verbaut. Und hier noch eine Samsung 850 EVO SSD mit 250 GB. die ich seit Dezember 2015 auch zusammen mit dem Thermal Tech-Gehäuse gekauft hatte, glaube ich zumindest. Genau, so war das, glaube ich, gewesen. Als damalige Systempartition, Systemfestplatte, System-SSD natürlich. Wobei jetzt kommt eh eine NVM Express SSD von, lass mich lügen, Kingston müsste es sein. Die A2000 mit 500 GB zum Einsatz, PCI Express 300X4 zwar nur, aber die ist süß, ordentlich schnell. Kann nicht klagen. Dazu dann als Spiele-Laufwerk, ja, Spiele werden auch immer größer, eine 1 TB Western Digital SN55 SSD auf NVMe-Basis. Die sitzt dann in dem zweiten Slot, hier irgendwo. Ja, und dann habe ich noch eine 256 GB Samsung PM981 SSD verbaut. Die sitzt dann hier, gekühlt von einem schwarzen Kühler. Genau, weil ich verbaue ungern SSDs, also gut, SATA-SSDs ist in Ordnung, aber ich verbaue ungern die schnellen PCI Express SSDs ohne Kühlung. Weil mir ist tatsächlich von IDATA eine SSD mal nach genau vier Monaten kaputt gegangen. Und da ist mir aufgefallen, dass dessen Real-Tech-Controller sehr heiß wurde. Und deswegen traue ich den SSDs auch nicht. Also ohne Kühlung zumindest nicht. Und die sind auch gar nicht teuer im Vergleich zu den SSDs, die Kühler. Wobei die Preise für die SSDs, die gehen ja auch schon. 80 Euro kriegt man für das Terabyte. Okay, in dem Fall wahrscheinlich ein SATA-Modell, aber immerhin. Und 500 GB schon ab 40 Euro, meine ich. Und die 256 GB ab 15 Euro, kann das sein? Oder so ab 15, können 128 GB kosten. Nee, auf jeden Fall, das ist so, glaube ich, das Niedrigste aktuell, was Sinn macht. 60 GB würde ich dann aus Preis-Leistungssicht auf jeden Fall nicht empfehlen. Greift am besten schon zu mindestens 256 GB. Da habt ihr dann auch was. Zumindest ein bisschen was davon. Ah ja, dann das größte Metallobjekt hier von den Komponenten ist wahrscheinlich der hier. Das ist mein Skypemugen 5 Kühler in der PC Games Hardware Edition. Der ist dann ausgestattet mit zwei Lüftern. Ich zeige euch das mal. Genau. So sieht das dann aus. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das 120 oder 140 mm sind. Wahrscheinlich 140. Nativ ist der Kühler ja nicht Sockel 1700 kompatibel. Ja, an der Stelle kann man auf jeden Fall den Hinweis bringen, dass sich die Abstände beim Sockel 1700, was die Bohrungen für die Kühlhalterung betrifft, sich geändert haben im Vergleich zum Sockel 1200. Weil Intel möchte damit auch sicher gehen, dass man keine ungeeigneten alten Kühler für den neuen Sockel 1700 verwenden kann. Denn einerseits sind natürlich die Leistungsaufnahmeangaben bei den Prozessoren ja auch wieder angestiegen. Ich müsste jetzt nachschauen, aber für meinen i7-12700 sind es, ja, da gibt es einmal eine Boost-Power, glaube ich, von um die 180 Watt. Ist ja auch schon eine Menge. Und 65 Watt Standard-TDP. Das ist ein bisschen anders, ein bisschen verwirrender konfiguriert. Und für den i9-12900K sind das dann, glaube ich, 241 Watt oder so ähnlich. Da kann man jetzt nicht einen X-Bleeping-Kühler nehmen. Da muss es natürlich dann schon ein großer Tower-Kühler sein. Und die Prozessoren sind auch flacher geworden gegenüber Rocket Lake-Prozessoren für den Sockel 1200. Das ist eben die Vorgängergeneration. Weil Intel nun, ja, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Vielleicht haben sie die Prozessoren ja auch deswegen flacher gemacht, um eben der Wärmeabfuhr entgegen zu kommen. Ist das richtige Wort an der Stelle. Und bei Alderlec verwendet Intel auch erstmals statt Kupfer in den Leiterbahnen Kobalt. Das hat die Bewandtnis, dass bei 10 Nanometern bei den kleinen Strukturen Elektromigration allgegenwertig ist. Bei Kupfer natürlich. Und Kobalt ist eben deutlich robuster gegenüber Kupfer. Hat aber natürlich schlechtere elektrische Leiteigenschaften, muss man dazu auch sagen. Allerdings, offenbar lohnt sich das dann schon, um der Elektromigration entgegenzuwirken. Elektromigration heißt, wer das nicht kennt, dass, naja, die Elektronen einzelne Atome aus den Leitern schlagen können. Und zwar, wenn ihr einen Widerstand habt, ein ganz normaler Widerstand, dann entsteht ja durch Stromfluss ja auch Wärme, die sich eben dadurch bemerkbar macht, dass der Widerstand heiß wird. Und das ist eben eine Erscheinung dafür, dass die Elektronen gegen die Atomrümpfe des Leiters knallen und daran reiben. Und je höher die Ströme sind, desto höher ist die Reibung und desto höher ist natürlich dann auch die Wärmeenergie, die dann abgegeben wird. So, und dementsprechend muss ja eben der Prozessor auch gekühlt werden und, naja, bei so kleinen Strukturen kann das, ja, schon ein Nachteil sein. Deswegen haben sie es dann halt auf Kobalt dann gesetzt. Wie dem auch sei, ähm, deswegen hat Intel, äh, nee, deswegen ja nicht, weil die Prozessoren ja auch gestiegene Leistungsaufnahmen haben, hat Intel dann die Halterung ausgetauscht. Für den Mugen 5 gibt es aber eine Nachrüsthalterung ab 8 Euro. Für den Soccer 1700, die ich mir dann besorgt habe, so kann ich dann meinen Skype Mugen 5 einfach weiter nutzen mit angepasster Halterung. Braucht mir da keine weiteren Gedanken dann machen. Hier der Arbeitsspeicher DDR4-Rahmen. Ähm, ja, DDR5-Rahmen wird, glaube ich, auch so langsam günstiger. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben 16 GB DDR4-Module oder 16 GB Dual Channel DDR4-Kit 130 Euro und noch mehr gekostet. Und das kann man jetzt, ähm, auf die DDR5-Module münzen. DDR4 mit 16 GB gibt es dann so ab 50 Euro. Ja, gut. Allerdings, man möchte sich ja heutzutage auch nicht mehr mit 16 GB begnügen. Dann müssen es ja auch schon 32 GB sein für den Gaming-Rechner, ne? Ja, meine Grafikkarte, das ist immer noch die alte von Zotac, ne? GeForce GTX 1080 aus dem Jahr 2016. Ja, damals das Top-Modell gewesen von Nvidia. Pascal ist aber immer noch sehr gut, weil die Grafikkarte hat eben nativ angebundene 8 GB und nicht so wie bei der GeForce GTX 79, wo es hieß, dass die letzten 0,5 GB nur mit 32 Bit angebunden waren und die 3,5 GB dann eben deutlich schneller. Was dazu führte, dass über 3,5 GB Speicherbelegung eine deutliche Leistungsrücknahme zu verzeichnen war. Das ist bei der Grafikkarte definitiv nicht der Fall. Nachteil ist allerdings, sie unterstützt kein Raytracing. Gut, ich habe ja auch in dem letzten Teil mal einen neuen Monitor gezeigt. Der hat jetzt UW-QHD als Auflösung, sprich 3440x1440 Bildpunkte bei 144 Hertz. Ich kann euch aber sagen, in Forza Horizon 4 mit höchsten Grafikdetails läuft alles sehr, sehr flüssig. Also, die Karte hat wirklich Power. Muss man ihr zugutehalten. Ja, allerdings, Grafikkarten werden jetzt auch wieder langsam günstiger. Ich habe, ja, ich vergleiche in letzter Zeit ganz gerne bei Geizhals die Preise für Grafikkarten. Die RTX 3050 ist dann das Einsteigermodell von NVIDIA mit Raytracing-Support, gibt es ab etwa 330 Euro. Und die GTX, wollte ich sagen, habe ich gesagt, die RTX 3060 mit 12 Gigabyte, die habe ich auch schon für unter 450 Euro gesehen. Ah ja, jawohl, unter 450. Was wirklich bemerkenswert jetzt ist. Also, ja, wird so langsam wieder was. Vielleicht kann man sehen, kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber das Mailboard hat gekühlte Spannungswandler, die sich ja unter dem Hecklüfter hier des Kühlers befinden. Dort ist noch die Primär-SSD anzutreffen unter dem Kühler hier, wo M2 draufsteht. Und ach, ja, ich habe hier noch einen SATA-Port, einen internen SATA-Port als E-SATA nach draußen gelegt. Da kann ich dann eben auch SSDs und Festplatten anschließen. Ja, sehr aufgeräumtes Ganze. Hat allerdings, ja, auch Zeit gekostet, das Ganze so schick vom Kabelmanagement her zu konfigurieren. Und dadurch, dass das Netzteil dann über ein modulares Kabelmanagement verfügt, kommt dies natürlich auch zugute dann, was das Kabelmanagement angeht. Einerseits lohnt es sich, macht ja auch Sinn, bei einem Gehäuse mit Seitenteil aus Glas. Andererseits behindert das dann auch deutlich weniger den Luftstrom. Also, hier habe ich noch einen LED-Streifen versteckt. Einen ganz einfachen 12-Volt-LED-Streifen. Und hier oben, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich versuche das mal. Ja, da ist auch noch einer versteckt. Genau. Ich würde mal sagen, genug hier reingeschaut. Wir wechseln die Seite. Bis gleich. Ja, so spektakulär ist die Rückseite des Gehäuses. Also, eher gesagt, ja, die Rückseite des Mainboards natürlich nicht. Aber der Vollständigkeit auch nochmal gezeigt, weil, ich gehe mal näher ran, dann sieht man es noch besser, weil die Rückseite, die ist dann auch sehr geräumig. Und hier mehr als ein Daumenplatz, definitiv, zwischen rückseitigem Seitenpanel und Mainboard-Halterung. Das Gehäuse bietet übrigens, das ist auch sehr genial, eine Dämmung an. Und das dicke Seitenpanel aus Glas hat natürlich dann auch eine entsprechende Dämmwirkung. Außerdem hier, der Deckel ist gedämmt und die Frontblende hat ja an der Seite ihre Lüftungsschlitze, ist dann auch entsprechend gedämmt. Genau, hier sind die angesprochenen zwei Halterungen für 2,5 Zoll Festplatten. Ganz praktisch. Und was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, man kann den 5,25 Zoll Rahmen für die 5,25 Zoll Laufwerke auch ausbauen. Falls man große Wasserkühlungsradiatoren in der Front verbauen möchte, das geht. Gut, allerdings, ich finde das ganz gut, auch an dem Gehäuse, dass man dort auch noch zwei 5,25 Zoll Laufwerke unterbringen kann. Bei den heutigen Gehäusen ist das natürlich immer seltener anzutreffen. Gut, in meinem Falle, ich habe ja auch noch viele, ähm, SSDs wollte ich sagen, die habe ich auch, aber viele CDs und DVDs. Äh, deswegen möchte ich auf ein DVD-Laufwerk, in dem Fall ein Blu-Ray-Laufwerk, dann ja auch nicht verzichten, ne. Dann fehlt mir vor allem noch irgendwas anderes rein, was ich noch erwähnen wollte. Ähm, was ich dann, ah, genau, leistungsmäßig, ähm, ist der i7-12700 um die, ich meine sogar 60% schneller als mein Ryzen 7 3700X. Ich habe das mal gemessen im Cinebench und eben über 60%, über eine 60% höhere Punktzahl bekommen. Und was das Upgrade meines Ryzen 7 1700 hat, meines Ryzen 7 1700 hat, gegenüber, beziehungsweise durch den Ryzen 7 3700X betrifft, waren dies, glaube ich, nur um die 30%. Also, das hat sich wirklich gelohnt. Und der i7-12700, der hat ebenso nur 8 Kerne, 16-Zweiz plus, 4 Effizienzkerne. Allerdings, man sagt, dass, okay, flächenmäßig, glaube ich, 4 Effizienzkerne einem Performance-Kern entsprechen. Allerdings, die Effizienzkerne, die takten auch, glaube ich, nur mit um die 2,7 GHz, deutlich langsamer, gegenüber den Performance-Kern. Also, so viel mehr Leistung bringen, die Effizienzkerne dann, glaube ich, nicht. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Konstellation, die, und Konfiguration eher gesagt, die Intel bei Alder Lake umgesetzt hat. Das gab es vorher so auch noch gar nicht. Zwei verschiedene Prozessor-Architekturen miteinander zu verheiraten. Auf einem, ja, da, ne? Also unter einem Dach dann gesagt. Die Performance-Kerne, die sind ganz neu von Architektur. Die Effizienzkerne, die sollen auf Skylake, ja, auf Skylake aufbauen. Das ist dann die sechste Core-Generation gewesen von Intel, die 2016, meine ich, erschienen ist. Oder 2015 schon. Genau. Für den Sockel 1151. Zum Beispiel Core i5 6400 oder Core i7 6700K. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, sehr zufrieden vom Prozessor. Nicht ganz so überzeugt allerdings dann von Windows 11. Und man merkt schon, dass noch ein paar Kinderkrankheiten in der Plattform drinstecken. Das liegt aber auch daran, dass die Plattform noch ganz neu ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Kinderkrankheiten in nächster Zeit auch durch Bias-Updates dann ausgemerzt werden sollten. Zum Beispiel wollte meine ältere Avermedia Game Broadcaster D-Erweiterungskarte Part 2 sich nicht installieren lassen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gequatscht habe. Ich würde das Video dann aber mal zum Abschluss bringen. Also, Alder Lake ist auf jeden Fall eine sehr interessante Architektur. Ich habe es noch nicht bereut, aufzurüsten. Ist ja auch ein großer Schritt, von AMD wieder auf Intel zu wechseln. Wann hatte ich denn auf AMD gewechselt? Ich glaube, das war 2017 rum. Davor hatte ich eine 72600 gehabt. Jawohl. Bin dann auf den Ryzen 7 1700 gewechselt. So war das damals gewesen. Und jetzt wieder auf Intel zurück, weil Intel hat sehr interessante Prozessoren wieder im Programm. Und auch damals hatte ich dann mit meinem Videoschnittprogramm auf AMD-Systeme mehr, ja, wie soll ich mich da ausdrücken, habe ich mehr Nachteile feststellen müssen gegenüber dem Einsatz auf einem Laptop mit Intel-Architektur. Da lief mein Videoschnittprogramm gefühlt irgendwie stabiler drauf. Das ist das eine. Und, ja gut. Und zum Beispiel auch Arbeitsspeicher, Inkompatibilitäten beim Ryzen und hast du nicht gesehen. Aber das kann dir natürlich auch jetzt bei Alder Lake passieren. Dort sogar noch, wenn einem die Wörter nicht einfallen, sogar noch hinterlistiger, dass dann zum Beispiel im Last-Szenario, also unter Lastbedingungen alles bestens ist, im Leerlauf dein System aber wegen instabilem Arbeitsspeicher abstürzen kann. Ja, wenn man zu hoch pokert mit dem Arbeitsspeichertakt. Kurios, aber gut, muss man wissen. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein. Tschüss, Wochenende. Musikp wayne wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017